ja hallo und morgen hier ist wieder tom aus den streets of curiosity und wie ihr hinter mir seht ist es etwas ungewöhnlich denn ich habe etwas technik dazu gekauft und kann das jetzt von einem anderen ort aus vom sofa aus und heute zeige ich euch natürlich was schönes neues zu meinem aktuellen modular building ich habe ja erzählt dass ich das tour also das bro tour set einbauen wollte habe ich noch nicht da ich vorher die küche einbauen will und die habe ich noch nicht fertig aber ich zeige euch etwas anderes neues also viel spaß dabei so und ihr seht schon das was ihr kennt also den ersten und das untergeschoss und der erste obergeschoss und jetzt will ich das den anfang des zweiten obergeschosses mal drauf setzen so jetzt habe ich das soweit schon mal aufgesetzt von hier aussieht man wahrscheinlich auch dass hinten noch alles fehlt diese wand werden noch in einer anderen farbe gebaut werden und zwar in sandblue wie dieses teil hier das jetzt hier kommt natürlich auch noch rein bin mir noch nicht sicher welche ob ich da mal welche besorgt oder irgendwelche nehmen die ich habe und was ihr seht sind flammen habe ich halt ein bisschen technik eingebaut und damit das richtig funktioniert muss ich erstmal das nächste teil einbauen und fangen wir mal mit der seite an da habe ich mich dieses verkohlte teil einer hausfassade gebaut vorsichtig das ganze einbauen das passt das kann ich jetzt mal ausnehmen so die flammen wieder rein so jetzt funktioniert das ganze im dach wird natürlich noch was eingebaut damit das hier nicht so rum wackelt so auf der anderen seite habe ich mit diesen einmal ein slopes also käse ecken in dark green eine weitere andere hausfassade gebaut das kommt jetzt da drauf und in weiß und lime green diesmal das vordach vor dem fenster oder über dem fenster auch schon mal drin und das mittlere fenster ist genau wie in der unteren etage gebaut kommt dann wieder da rein so also jetzt will ich mich erstmal wirklich ansetzen und vom ersten obergeschoss die inneneinrichtung soweit fertig machen für die eine wohnung wir wisst ja pro tour set für das andere habe ich was anderes schon überlegt was ich habe an möbeln oder teilweise zumindest das wird das und noch etwas kleines hier und hier hinten habe ich endlich die mauer schließen können hier seht ihr nochmal alles von hinten hier seht ihr auch ein bisschen die technik die da eingebaut ist und hier mit kann ich jetzt natürlich einen schönen feuerwehreinsatz darstellen und das wäre es dann auch soweit erstmal so und da bin ich wieder und dann gehen natürlich jetzt grüße raus heute an briketty und klotzki die heute wieder ein freitags stream machen also den freitags stammtisch und dann sage ich lebt lang und in frieden und tschüss das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020